Ich sag dir eins. Mach mal den Kahn. Kahn kannst du gut. Du musst ihm alles geben. Da musst du immer voll da sein. Du musst immer 100% geben beim FC Bayern. Damals gegen den Jens. Da hab ich auch ein paar Bananen ins Gesicht geworfen bekommen. Aber du musst immer voll da sein. Du musst immer alles geben. Der Jens ist der Arschloch. Aber Bananen, die haben sie mir hinterher geworfen. Scheiße. Verf*** der Scheiß, Jens. F*** ich, Jens.